Ja, sehr gegrüßt zu Life is Strange Mobile. Ja, wir sind gerade hier direkt vorm Diner und wollen gerade noch mal mit dem Matten reden, der hier seine Zeitung liest. Danach gucke ich mal, ob ich noch hinterm Diner langlaufen kann. In der Zeitung steht drin, dass der Winterdienst irgendwie total Probleme hat, wegen dem Schnee, der halt gewesen ist. Naja gut, okay, wir quatschen mal mit dem Matten, wir sehen, was der zu erzählen hat. Mh, leben Sie schon lange hier? Ja, Rachel Amber, vielleicht weiß er was, keine Ahnung. Langweilig? Meinst du? Ich glaub daran, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas mehr dahinter steckt. Oh, ein Obdachlose. Ah, guck mal, hier ist noch sein Auto. Dem Obdachlosen sein Auto. Oder das Auto von, ähm, Chloes Mutter. Das könnte nämlich auch sein, aber, äh, ja gut, mehr haben wir hier nicht. Doch, guck mal, da kommen wir auch noch lang. Äh, wollen wir erstmal mit dem Obdachlosen reden? Hallo. Erstmal gucken. Ach, das ist eine Obdachlose. Sie. Hallo. Oh, schau an Sie. Ein guter Beispiel von Jugendlichen. Ich wüsste, du bist ein seniorer Student. Ja, ich gehe zur Blackwell Academy. Ich kann sagen, du bist eine wunderschöne Frau. Ich weiß alles über Blackwell. Und diese Stadt. Ich wüsste, dass du auf der Prescott-Familie hast. Diese ganze Familie ist schrecklich. Sie haben damals gute Dinge gemacht, für Alcadia Bay. Diese Tage sind tot, wie alles in ihrem Weg. Ich weiß jemanden, der von Prescott-Familien wurde. Dann bist du ihre Garnierinsel, weil nichts in der Familie kommt. Es ist besonders nicht das Recht. Oh ja. Äh, Joyce Price ist die Mutter, ne? Die Mutter von Chloe, glaube ich. Du musst Joyce Price kennenlernen aus dem 2-Wales-Diner. Sie hat mich mehr als meine eigene Familie gebeten. Ich habe eine Mutter deines Hauses, die immer in Probleme ist. Verkauft mit einem echten Pferd. Mhm. Ja, David Manson. His name is David Manson. He told me to get a job once. Asshole. Not sure what Joyce sees in him, but... He better treat her right. Arcadia Bay. How long have you lived in Arcadia Bay? A thousand years. I've gone through the same changes as the town. Ähm, welche Verinnerung? What changes to the town? Once it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. You greedy bastards that ruin this town put people out of work. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? Oh, I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Or can I get so good, yeah? Ich bin hier, wo ich wohne, groß geworden. Obwohl ich eigentlich überall hin könnte, bin ich trotzdem hier geblieben. Alle meine Schwestern sind woanders hingezogen. Nur ich selber bin hier geblieben. Hier, wo wir groß geworden sind, ne? Das ist schon ein bisschen weird. Ich weiß nicht, was mich da, ähm, ja, in der Stadt hält hier. Aber, ich weiß nicht. Ich kann hier, könnte hier nie wegziehen. Keine Ahnung. Mir würde irgendwas fehlen. Ach ja. Ich dachte, man kann hier irgendwas spenden oder so, weil es halt eine Obdachlose ist. So ein Münze hinschmeißen oder so. Aber irgendwie ist das nicht drin. Hm, hier scheint nichts zu sein, was interessant ist. Oh, die Polizei. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Wahrscheinlich hat irgendwie Chloe wieder Scheiße gebaut und deswegen ist die Polizei unterwegs. Hund, Foto machen. Oh, nice. Mach ich. Wohnmobil haben wir schon gesehen, weil es wird da ganz schwach nochmal angezeigt, wie man sehen kann. Ähm, ja, gut, ähm, dann wollen wir mal wieder zurück. Wir wollen nämlich ins Deiner rein und dann kommt nachher nämlich auch noch äh, Chloe verspätet. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, ich hoffe, dass, äh, Chloe, ähm, ihre Mutter wenigstens gegenüber besser drauf ist. Kommen wir an beide Seiten rein? Ja, ne? Tatsache. Wollen wir links oder rechts rein? Ist egal, ne? Ah, guck mal, da ist ein Vermissten-Dings da wieder dran, ne? Dann gehe ich hier rein. Können wir das nochmal angucken? Ne, geht gar nicht. Aber wir wissen ja, was draufsteht und wer das ist. Warum sie vermisst wird, wissen wir aber immer noch nicht. Weil es eigentlich gar keiner. Guck mal, alles voll. Einfach nur, weil, äh, Chloe liegt hier. Boah, wir können hier alles angucken. Boah, wir können hier alles angucken. Hm, macht mich wieder 13 Jahre. Ja, wie früher. Wieso, was steht da? Willkommen in Pan Estatis. Äh, Prescott. Äh, wenn ich das schon wieder lese, ne? Prescott. Development lädt sie ein. In den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer, Leuchtturm. Werde bald ein Lebensstil verändern. Okay. Zurück. Es interessiert mich nicht. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack, ne? Die Prescott's. Also die ganze Familie. Oh, das bringt mich zurück. Chloe und ich liebten die Parade. Ach, Halloween war, glaube ich. Ist auch wahrscheinlich bald. 25. jährlicher Halloween-Bazaar. Bürgermeister Korkran Korkran führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober, 9 bis 15 Uhr, Main Street, Arcadia Bay. Kürbisch-Schnitzerei, Wettbewerb, lokale Produkte und Imbisswagen, Süße und Saures. Ach, Süßes und Saures. Ja, logisch. Oh, und Happy Halloween. Mehr nicht? Ne. Also man kann hier auch nicht scrollen, ne? Also wenn, dann steht hier gleich alles hier. Gut. Zurück. Haben wir auch angeguckt. Sehr schön. Noch ein Fischer. Der da draußen steht. Hä? Steht der noch? Ja, doch. Ach, da ist er. Alles klar. Der steht da noch. Gut. Was ist das denn? Ansehen? Ach, Kaugummis. Oh Mann. Ich glaube, das ist das gleiche Kugel, als ich hier war. 100% Weil, wer zieht sich denn da schon Kaugummis? Wir können an Broschüren gucken. Machen wir auch nochmal. Mit den ganzen Leuten wollen wir auch nochmal reden. Dieser Mann hat sehr kugelte Kugeln. Oh ja. Er ist ein mächtiges Schiff, muss ich echt mal sagen. Ähm. Hier, nochmal Broschüren. Warum ist das so nicht so lustig? Ich weiß nicht, was steht da? Ach, Moby Dick-Touren. Deswegen. Ach so. Wegen Moby Dick. Alles klar. Ähm. Ansehen. Ich kann Chloe mit mir anschauen. Hä, wieso? Was ist das? Ausflug zum Bigfoot. Es gibt doch kein Bigfoot. Nee, ehrlich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut. Aber wenn Sie hier wirklich irgendwo ein Bigfoot sehen. Hm. Okay. Komische Frau. Wir gucken mal, was die komische Frau hat. Hallo, komische Frau. Na, sprechen. Hallo da zu Ihnen. So ein schönes Tag, ey? Oh ja, es wird ein super Tag sein. Nimm deinen Frühstück, ey? Äh, ja. Sehr, sehr seltsam. Hier haben wir noch einen Fischer. Hallo, Fischer. Willst du noch einen Bigfoot heute? Wenn du mit Bigfoot nicht mehr hast, dann sicher. Ich habe heute viele Bigfoot gefangen. Jetzt lass mich über meine Ecke. Oh, was mit den... Nicht füllst du ihm, naja. Werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, was er mit seinen Eltern hat. Keine Ahnung. Hier haben wir noch Trevor. Und wer ist er? Justin. Sind die aus der Schule? Ich glaube, ja, ne? Sprechen wir mal. Hey, Trevor. Hallo, Max. By the way, I know you saw me at the dorm. In Danas Zimmer? Ja, I saw you coming out of Dana's room. Ja, and I finally had to tell Justin, because, well, he was in there, too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Ah, that's Justin, ne? What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut glass and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? Das tue ich. I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Max. Of course I'm baked. It's all left at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Danas room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Er nimmt den gelassen. Äh, ochi. Äh, naja. Okay, gut. Er so, Justin will was von Dana. Und, ähm, wie heißt er, Prescott? Der... ...wahrscheinlich auch. Er war aber zuerst noch. Okay, gut, geil. Und, äh, ja, Justin interessiert gar nicht. Hauptsache, die... ...kippen sich einen rein und... ...naja. ...Nische. Da sollen wir uns hinsetzen, wahrscheinlich. Okay, hier können wir noch ein Foto sehen von einem Wal. Ansehen. Ansehen. Das ist lustig. Unsere Familie hat nie so gut gesehen. Sieht gut aus. Okay, ähm... ...was benutzen? Ja, die Mucke ist echt nicht so, der Hit. Was haben wir hier oben? Wow, Ken Keezy mit Joyce? Das ist so perfekt. Wer ist denn Ken Keezy? Für Joyce. Es ist die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Ähm, auf bald Kay. Interessant. Also ein Kunde mag es sehr, hier zu sein. Hier haben wir eine Trophäensammlung. Einmal kurz ansehen. Ich vergesst über das Fischungswahl der Fahne. Ja, also es ist wirklich eine Hafenstadt hier. Und hier geht es wirklich nur um Fische. Deswegen, äh, ja, das Logo des Diners ist ein Wal. Okay, wir haben mal ein Tresen. Wir können hier nochmal... Erstmal die Jukebox. Können wir hier was anderes machen? Benutzen? Ein Gitarrenstück. Finde ich viel besser. Okay, äh, weiter geht's. Jetzt wird's langsam peinlich. Wollen wir uns in die Nische setzen, oder nicht? Komm, wir gehen nochmal zum Tresen. Mal gucken, was da gibt. Vielleicht... Ich auch. Ich auch. Oh, da oben ist noch ein Fernsehen. Kamer, LKW-Fahrer. Oh, müssen wir die jetzt auch noch? Na gut, komm, wir quatschen nochmal mit den Brummis. Hallo. Äh, hallo? Wollen denn? Äh, alles in Blicke. Ist nicht alles in hier mit einem Blicke? Ich bin nicht gebraucht, deine Tone. Du klingt wie Joyce. Wie klingt Joyce? Bossy und smartass. Wie du. Aha. Äh, Joyce ist die Beste, Mann. Joyce regelt. Ja, dann geh doch woanders fressen, du Penner. Alter. Oha. Der sollte bloß aufpassen, mit wem er redet. Also, ja, nee, im Ernst. Ich hoffe, er ist anders drauf. Ich fühle mich nicht so, wenn ich jetzt so spreche. Na gut. Ich muss eine Menge Frühstück zu meinem Körper. Über und ab. Ende der Unterhaltung. Wer ist er denn? Einfach nur ein Typ? Ach, Polizist? Oh, nice. Hallo. Sprengen wir mal. Hallo, Sir. Hi, junge Frau. Du siehst ein bisschen verloren. Hm, ja, ähm, hungrig. Just hungry and thinking about what to eat. Now, that is a real problem at the, uh, Two Whales. I can never decide. Joyce's Pumpkin Pie or grilled mac and cheese. Oh. Okay. Ähm, ja. David. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask me? He kind of has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. Ja. Ähm, Joyce. How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our, our mother. Aha. Ja, kann man so sagen. Okay, Chloe. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Pff, poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in our room. Wer hat Ihnen das erzielt? Uh, who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said that we belong to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody. As if I would. I just tell the loser to stay the hell away from Chloe. Or else. I'm just kidding. Besides, David Madsen is watching over. Is she a friend of yours? Hmm, ich kenne sie. I know her. Then you know she's a handful. Just can she say. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause joy so much stress. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Well, that's the policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Mach das mal, mach das mal. Oha. Eigentlich darf er, glaube ich, gar nicht alles erzählen, ne? Hat der nicht eine Schweigepflicht? Er darf nicht einfach irgendwelchen Personen erzählen, was alles so abgeht, oder? Weil guck mal, im Prinzip hat Max ihn jetzt so richtig ausgefragt und er darf eigentlich keine Auskunft geben. Normalerweise. Warum ist jetzt die Gitarrenmusik weg? Verstehe ich nicht. Okay. Ähm. Mhm. Sprechen wir mal mit dem. What do you want? I feel like shit. Too much beer. So spare me, please. Okay. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Kenne, kenne ich, Digga. Kenne ich. So, hier haben wir noch ein paar Karten. Das war nicht interessant. Hier haben wir noch ein Poster von einem Bild. Hier sind die Toiletten. Dann gucken wir mal auf die Toilette. So, ansehen. Was ist das? Ach, Kondome wahrscheinlich, ne? Thank you, Redneck-Poet. Ach, ne, die, äh, Dings, die draufsteht. Okay. Äh, noch ein Graffiti. Firework. With me. Foto. Komm, machen wir ein Foto. Ein Foto vom Spiegel. Ja, macht Sinn. Na gut. Äh, oh, noch ein Graffiti. Ansehen. Gross. Igitt. Wieso, was steht da? Ich kann's wahrscheinlich nicht übersetzen. Wie, der BJ heißt bestimmt Blowjob. Ich weiß nicht. Okay, ähm, ich lasse es mal sein. Hier ist noch ein Graffiti. Oh, ich will nicht wissen, wer hier schon alles mit so einem fetten Arschloch gesessen hat. Schon eine Ewigkeit her, okay. So lange hat es sich gehalten. Das sieht aber noch ganz gut aus. Na gut. Dann haben wir jetzt alles gesehen. Mit jedem gequatscht. Jetzt können wir uns hier endlich mal hinsetzen. Äh, mehr ist, glaube ich, gar nicht. Mit Joyce können wir gar nicht reden, glaube ich. Nische, hinsetzen. Na gut. Dann setzen wir uns erst hier hin. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, geht's denn los? Wir essen was. Dann kommt Chloe und so weiter und so weiter. Gut. Dann bedanke ich mich für's Zusehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel, ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.